ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Für alle, die vor keiner Zensur Halt machen wollen. Ja, also das finde ich richtig gut. Weil ich sage auch immer wieder gerne dem Chef, richtig unzensierte Meinung. Nein, aber ich muss sagen, deine Art unzensiert, also die geben wir schon ein bisschen auf den Kicker. Wenn der mal losgelegt hat, dann weisst du nachher nicht mehr, ist er jetzt Vertreter oder Prediger oder sonst wie einer, der mit schwarzem Geld verdient. Komm, mach jetzt weiter im Text. Bitte sehr, Sederich. Weiter, ja. Für alle, die die Welt nicht mehr im Alleingang verändern wollen. Ja, das finde ich richtig gut. Weil ich merke auch immer wieder, ich habe so viele gute Inputs für die anderen Menschen. Ich merke einfach, die Welt kommt ohne mich einfach nicht so gut zurecht. So war es nicht gemeint. Da ist sich wieder selber genug. Ich mache mal weiter. Bitte lauter die Musik. Für alle, die strategisch Siegen lernen wollen. Lernen wollen? Warum denn? Lernen geht doch von alleine. Also bei mir ist Siegen sozusagen ein Dauerzustand. Johannes, es geht darum, dass Klagemauer TV siegt. Dass die Wahrheit siegt. Hey. Dass ACK siegt. Hey. Oder? Ja, sicher. Für alle, die mit uns zusammen Geschichte schreiben wollen. Teddy. Ui. Johannes. Was hast du noch getan? Potz Scheibenkleister und Tapetenkleber. Was machen wir jetzt? Hat jemand eine Idee? Nein, Johannes. Wir malen einfach die ganze Wand an. Ja, komm. Ja. 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 Ja, ja. Super, Seidi. Der macht es richtig gut. Mit Schwung und Andacht. Wahnsinns viel Farbe in dieser Rolle drinnen. Und noch ein Kind. Wahnsinns. Oh, ja. Oh! Oh, ja. Yeah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Vielen Dank. Applaus Uiuiui, Cedric. Riesenpleite, die Farbe da. Alles im Eimer. Ja, doch alles aus dem Eimer. An der Wand. Ja, jetzt machen wir jetzt schon wieder keine Idee mehr. Ha, da kommt hier wieder mal eine glänzende Idee. Farbe, Eimer, Wupps, an die Wand. Na gut. Hä? Probieren wir mal. Passt, ne? Ja. Noch einen. Gut getrascheln, ne? Und jetzt? Sieht noch nicht ganz so gut aus. Komm, Cedi, Spritpistole, verlehen wir das Werk. Komm, komm, da, komm. Komm. Achtung, jetzt, Achtung. Achtung. Ja, da geht was, da geht was. Achtung, wenn jetzt geht er dann richtig schnell rüber. So, jetzt machen wir noch einen Dango, hä? Zäh, die Batsche, komm aus. Komm. Nein, beiss her gut. Riesen, komm, Spritpistole, ja. Das kriegen wir noch hin. Und. Hey, wunderbar. Schönes Bühnenbild, hä? Wunderbar, hä? Super, schön. Da kommen wir schon. Der erste Pornhampel, komm. Die Lois Sasek und die Moderatoren. Wir müssen schnell verschwinden. Schnell. Schnell. Untertitel.